Woa! Ahem! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation! Alter! Wir haben endlich! Wir haben sie! Blöde Schlüsselkarte, Junge! Es sieht aus, hier macht nur mal einer sauber! Scheiße! Fuck! Alter! Nein, nein! Nein! Sterben wir gleich? Ne! Boah! Blödes Vieh, ey! So, einmal gucken, wo müssen wir lang? Hier müssen wir rum! Boah! Ey, das ist so ein langer Weg! Aber ich glaube, hier können wir durch! Was ist denn das für ein Ausrufezeichen? Von Interesse! Ach! Das war genau das am Anfang! Dann können wir hier so rum! Seit wann ist das Alien da? Seit wir in diesem blöden Büro waren! Okay! Wir müssen... Müssen wir hin? Gut! Wir müssen einfach... Einfach da hin! Oh, scheiße! Da können wir auch... Endlich wieder speichern! Wir können doch laufen! Aber weiß, was dann passiert! Scheiße! Naja! Oh! Hier ist eine Verkabelung! Ja! Jetzt verstecken wir uns noch erstmal! Nein! Genau! Mein Gott! Alter! Dieses Spiel! Ja! Jetzt verstecken wir uns noch erstmal! Okay! Es kommt wieder zurück! Ich kann immer nicht genau... Sagen, was es macht? Okay! Jetzt poltert es erstmal durch die Schächte! Oh! Das ist von hier aus auch vollkommen in Ordnung! Bup, 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 bup! So! Türzugriff! Das ist gut! Luftreinigung! Okay! Und raus! Wo müssen wir lang? Äh, da lang! Genau da! Na toll! Alter! Ich bin so froh, dass wir direkt Glück gehabt haben! Ähm! Da lang! Genau da! Na toll! Alter! Ich bin so froh, dass wir direkt Glück gehabt haben! Ich weiß nicht, ob das Ding aus diesen Schächten kommt! Mal gucken! Wo sind wir denn hier? Wo kommen wir denn hier hin? Können wir hier eine Abkürzung nehmen? Ja, aber vielleicht kommt das von hinten! Von hinten oben! Hier! Oh Mann, ey! Nein! Sag bloß, wir kriegen die Tür nicht auf! Schlüsselkarte benutzen! Bam! Glückspilz! Jetzt einmal kurz gucken, wo müssen wir lang? Äh, kommen wir da durch? Ja! Scheiße! Okay, wo müssen wir lang? Sind jetzt da und wir müssen... Wo müssen wir hin? Erstmal müssen wir speichern! Und ich würde sagen, dafür beeilen wir uns auch! Oh! 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 Hier! Oh! Oh! Geil! Jetzt können wir sterben, wie wir wollen! Boah! Meine Güte! Oh! Das ist schon mal ein Riesenerfolg, ey! Jetzt müssen wir nur hier so rum? Geil! Verdammt, Coolman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist! Und jetzt den Zugang kommt! 1702! Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich! Versprochen ist versprochen! Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten! Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren! Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren! Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Hm... Ich würde ja gerne nochmal in sein Büro gucken! Wie kommen wir denn da... Da kommen wir doch so rum! Das will ich jetzt nochmal ausprobieren! Ähm... Das Alien ist da hinten irgendwo! Das könnte vielleicht da runter kommen! Wir müssen... Alter, ich bin schon wieder... Sowas von abwesend! Ähm... Wo wollte ich denn jetzt lang? Genau, wir müssen da unten durch! Schneller, 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 schneller! Ähm... Gerät unzureichend! Ähm... Wir hatten doch hier irgendwas... Nee, Waffe! Da! Brauchen wir das vielleicht... Dafür? Was... Was... Was müssen wir denn jetzt machen? Was hängt denn da rum, ne? Was hängt denn da rum, ne? Was hängt denn da rum, ne? Okay... Wir können ja jetzt sterben, das ist ja gar kein Problem mehr! Was ist da etwa direkt vor der Tür? Wollen wir mal gucken? Ne, hier ist nichts! So! Ich sammle meine Sachen und dann können wir los! Okay! Ich würde gerne wissen, wie wir da hinten reinkommen! Ach, das kommt wahrscheinlich jetzt da runter? Was haben wir jetzt? Zwei Aliens? Ne! Geil! Oh Gott! Okay! Wo ist denn der Aufzug? Ich will das gar nicht wissen, Alter! Ich will einfach nur überleben! Warte mal! Was ist das da? Untersuchungsraum, da waren wir schon! Elevator! Düdüt! So! Schlüsselkarte benutzen! Wuhuuuuh! Ja! Vielleicht noch auf den Knopf drücken? Gehen sie zur... Was? Okay! Boah! Alter, dieses Spiel ist einfach zu viel für mich! Mh, hm, ja! Wir sparen schon die ganze Zeit Munition! Wie, ähm, ich muss mir echt angucken, wie man gegen dieses Alien kämpft. Ja, und Alien ist auch gleich wieder hier. Schön. Speichern. Bing. Und speichern. So, hier müssen wir... Finden sie ein Medikit? Brauchen wir ein Medikit? Alter, überall Leichen. Ähm. Okay, hoch. Das können wir nicht mitnehmen. Also ich nehme das an, äh, ich nehme mal an, das kann da rauskommen. Oder aber, wir sollen da reingehen. Ne, da kann es rauskommen. Strom wieder herstellen. Ey, scheiße. Was, wo denn? Ist das noch was? Nein, schon wieder der falsche Knopf. Ähm. Ja, krass. Mit so einem Ding können wir doch schon mal viel erreichen. Wenn uns das Ding entgegenkommt, ey. Schön. So, oh. Erstmal nehmen wir die Sprengkapsel mit. Suche. Alles mitnehmen. Inventar voll. Okay. Sevastolink. Ähm. Hm. Was müssen wir denn hier machen? Äh. Gut. Gut. Ach, hier, diese Dinger müssen wir. Hier fehlt wahrscheinlich was, ne? Wir können einmal kurz gucken. Wollen wir hier, da, den Elektroschocker. Können wir den hier anwenden? Alter. War doch nicht gleich alles kaputt. Woah. So. Nutzt das Ding. Nutzt den Elektroschocker. Und zack. Tot. Alter. Alter. Scheiße. Woah. Meine Fresse. Auf einmal, ne? Plumps. Was machen wir denn jetzt? Hätte das auch schon früher passieren können? Huh. Oh. Mach die Tür auf. Jo. Ähm. Gut. Das wissen wir immer noch nicht, wie der Elektroschocker funktioniert. Und ich weiß immer noch nicht. Moment mal, hier die Sprengkapsel nochmal einsammeln. Boah. Meine Fresse. Ich will nicht mehr. War genug für mein armes, schwaches Nervensystem. So. Hier haben wir jetzt gedrückt. Ich will mir das immer nicht alles durchlesen im Let's Play. Weil das eventuell nervig sein kann. Ich kann es für euch mal an... Ach, Seeksohn. Was war denn das noch? Ich frage mich, wozu wir das jetzt angemacht haben. Und jetzt... Okay. Hier ist das Ding. Krass. Ich verstehe gerade gar nicht genau, was wir machen. Okay, wir stehen nicht direkt drunter. Bäm. Alter. So. Heißt, jetzt können wir da auch rein, oder was? Was ist denn das für ein Gebläser, ey? Gebläser. Okay. So. Wir sind drin. Was müssen wir hier mitnehmen? Ja, gut, wir rauchen ja nicht. Äh. Schachzugang? Nein. Dass ich mich immer verklicken muss hier, das gibt's ja nicht. Schachzugang, den wollen wir haben. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Schiegel, Krippley. Behalten Sie sich. Na? Boah, das gibt's ja nicht. Also, haben wir jetzt hier diesen Schacht geöffnet, oder kommen wir da grundsätzlich nicht durch? Wir müssen... Durchsuchen Sie Lingards Büro. Kommen wir da so hin? Ich weiß es nicht. Was wir jetzt machen, ist speichern und uns nächste Folge wiedersehen. Denn, äh, ich... Ihr merkt ja, ich bin absolut wortkarg. Ich krieg überhaupt nichts mehr raus. Ich bin... Schweißgebadet untenrum. Wir sehen uns einfach nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.